Willkommen bei der Dampferschule, Folge 4. Ich grüße euch, auch natürlich alle, die das hier hinterher auf YouTube ansehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist heiß. Mir ist zu heiß. Es ist unglaublich. Ich sterbe hier in der Wohnung, aber nichtsdestotrotz, Dampferschule, 14.30 Uhr, alle 14 Tage findet es statt, auch wenn es hier herinnen heiß ist. Ich verstehe aber jetzt jeden, der jetzt lieber im Schwimmbad ist und nicht live hier mitschaut, hinterher auf YouTube ab Dienstag anzusehen. Das heutige Thema ist die neu beschlossene Liquidsteuer und deren Auswirkungen in Bezug auf Umsteiger. Was jetzt ein bisschen sperrig klingt, wird sich hier gleich offenbaren. Gleich vorweg, das heutige Thema trifft zur jetzigen Zeit Deutschland. Also, alle österreichischen Zuschauer und auch Schweizer Zuschauer sind derzeit nicht davon betroffen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass es nicht in Zukunft so sein könnte. Heute allerdings bitte beziehen wir uns hier auf Deutschland. Der Antrag wurde von der SPD und CDU, CSU gestellt. Was kommt auf uns zu? Besteuert werden jetzt auch nikotinfreie Liquids. Und auch noch darüber hinaus wurde ein neuer Begriff geprägt. Substitute für Tabakwaren. Da hört man jetzt schon raus, da liest man jetzt schon raus, es geht jetzt nicht nur um Fertigliquids. Es geht da eigentlich um alle Produkte, die man auch zur Herstellung von Liquid benötigt. Wie hoch soll diese neue Steuer denn jetzt ausfallen? Und das ist jetzt das, was natürlich auch Einsteiger treffen wird, genauso wie alle anderen. Ab 1. Juli 2022 0,16 Euro pro Milliliter. Wie gesagt, nicht nur Fertigliquid, auch zum Beispiel die Base, die man eben braucht, um Liquid herzustellen. Zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später. 1. Jänner 2024 0,2 Euro pro Milliliter. Ein Jahr später, 1. Jänner 2025 0,26 Euro pro Milliliter. Und dann die letzte Stufe, 1. Jänner 2026 0,32 Euro pro Milliliter. Gleich vorweg, wer jetzt meint, man könnte auf die Idee kommen, dann die Base, die man benötigt, um sein Liquid zu mischen, aus dem Ausland zu bestellen. Denn da muss man gleich sagen, offiziell, wenn ihr aus Deutschland eine Base, zum Beispiel aus Österreich, euch dann bestellt und online zuschicken lasst, müsst ihr diese nachversteuern. Wo kein Kläger, da kein Richter, aber es muss euch bewusst sein, dass das wahrscheinlich gerade in der ersten Zeit häufiger kontrolliert wird, als vielleicht dann Jahre später. Das offizielle Ziel dieser ganzen Geschichte, das war mir bis vor kurzem nicht klar, da haben wir auch hier noch in einem Livestream diskutiert. Geht es tatsächlich um den eher naiven Gedanken, höhere Steuern zu generieren oder geht es darum, Dampfen einzudämmen? Und das ist ganz klar das Zweite. Also tatsächlich ist Wunsch von SPD und CDU, CSU, dass das Dampfen eingedämmt wird, ja, der Konsum reduziert wird. Und nach dieser letzten Erhöhung, 2026, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, kommt ein Liter Base und es ist nicht unüblich, diese Base, was eben die Basis ist für das Liquid, in Liter Flaschen zu kaufen, weil es an und für sich jetzt preisleistungsmäßig sich rechnet. Ja, 2026 nicht mehr, dann kommt nämlich ein Liter Base auf 320 Euro in etwa. Alles wird teurer. Shake and Vapes, Fertigliquids, Aromen ist noch nicht ganz klar, glaube ich. Mein letzter Wissensstand ist, dass das noch nicht hundertprozentig klar ist, denn Aromen, ja, können quasi Lebensmittelaromen sein, zumindest als solche deklariert werden und dann ist es nicht eindeutig nur dem Dampfen dann zuzuschreiben. Die Base ist auch so ein Thema, denn was haben wir da drinnen? Wir haben Propylenglykol und wir haben Glycerin und beide Bestandteile bekommen wir auch in anderen Fachgeschäften, nicht nur in Vapeshops, denn das sind ja Produkte, die nicht nur oder anders gesagt, die überhaupt nicht für das Vapen erfunden wurden, die ja schon viele, viele Jahre auf dem Markt sind. Ein 10 Milliliter Fläschchen Liquid wird also mit circa 3 Euro, nicht circa, sondern dann mit 3,20 Euro besteuert. Das alleine wird wahrscheinlich weniger abschrecken, aber ich behaupte mal, nicht allzu viele, ich lehne mir jetzt kurz aus dem Fenster, bleiben für immer und ewig bei 10 Milliliter Fertigliquids, sondern irgendwann möchte man höchstwahrscheinlich auf andere Liquidformen, Shake and Vapes, Longfield, Schwarzfield, egal jetzt in diesem Fall, oder eben reine Aromen umsteigen. Soweit zu den Tatsachen jetzt. Also, dass das jetzt auch den Händler massiv trifft, ist glaube ich auch gar keine Frage. Warum? Ich habe schon gesagt, Propylenglykol und Glycerin könnt ihr auch woanders herbekommen, auch in fantastischer Qualität. Und der Kunde ist jetzt nicht gezwungen, in einen Webshop zu gehen, aber hier sind wir heute bei der Dampferschule. Heute betrifft das jetzt nicht die Läden, zumindest nicht thematisch und eben auch nicht diejenigen, die schon seit vielen, vielen Jahren dampfen. Was macht das aber jetzt mit den Rauchern, die eigentlich umsteigen möchten auf die E-Zigarette? Also, das oft verwendete Argument, das Ganze ist eine Kostenersparnis, na gut, das wäre jetzt mal dahin. Ich habe schon gesagt, die erfahrenen Dampfer kaufen dann PG und VG woanders, schaden halt dem Einzelhandel, aber das soll jetzt auch nicht die Sorge des Neueinsteigers sein. Viele Offline, also viele Shops werden dann vielleicht auch gar keine Base mehr anbieten, sodass man auch dann gezwungen sein wird, das woanders zu kaufen. Fertig Liquid Käufer, wie gesagt, spüren das Ganze etwas weniger, vor allem dann, wenn sie im MTL-Bereich bleiben und da vielleicht nicht allzu viel brauchen. Aber die, die mit dem Selbstmischen beginnen wollen, wo bleiben die? Einfach weg, die Infos, die ich euch jetzt hier genannt habe, habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Das habe ich entnommen dem Kanal Vapors Guru, der ja eigentlich dafür bekannt ist, gut zu recherchieren und auch allen Neueinsteigern und Interessierten, würde ich auch diese Seite mal ans Herz legen. Vapors Guru, auch immer wieder für gute Informationen bekannt. Das sind tatsächlich jetzt mal die Fakten, so sieht das Ganze aus. Und jetzt würde ich tatsächlich schon ganz gerne auch den Chat hier hineinnehmen, um konkret die Frage zu stellen, erstmal, ich grüße natürlich alle, die jetzt hier bei über 30 Grad, und ich nehme an, bei euch ist es auch nicht gerade kalt, hier in den Zimmern sitzt oder auch bei der Arbeit oder wo auch immer und hier aktiv mitmacht. Ich lade alle, die jetzt hier bei YouTube mit dabei sind, natürlich wieder ein, alle 14 Tage, 14.30 Uhr auf dem Kanal, ich, wenn nicht, auf Twitch live mit dabei zu sein. Ich schaue jetzt mal kurz hier in den Chat hier durch, was schon so die ersten Reaktionen dann hier so sind. Was schon mal gut ist von der Patrizia, genau, die haben bei der Formulierung einfach gerade alles abgedeckt. Also es trifft jetzt nicht nur Liquid, es trifft alles, was ich eigentlich auch dazu brauche. Wie gesagt, ein Fragezeichen bleibt noch beim Thema Aromen, das ist noch nicht endgültig geklärt. Wie gesagt, das ist mein Wissensstand, wenn ihr da jetzt mehr wisst, bitte gerne rein. Patrizia schreibt, auch mich hätten damals diese Preise wirklich abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Also ein Liter Basium 320 Euro hätte mich definitiv abgeschreckt. Weil das steht in keiner Relation. Allerdings die Fertig-Liquid-Preise, glaube ich, hätten mich nicht abgeschreckt. Einfach aus dem guten Grund, ich komme dir jetzt zum Beispiel neu in diese Szene, ich kenne die alten Preise nicht. Ich lebe also jetzt mit dem jetzigen Umstand, dass es eben so und so viel kostet. Und tatsächlich hätte ich wahrscheinlich dann eher auch diesen Gesundheitsgedanken im Vordergrund gehabt und dann gedacht, okay, bevor ich jetzt Unmengen Geld an Rauchen ausgebe, soll es mir das dann mal wert sein und ich gebe halt dann entsprechend mehr aus. Aber dafür habe ich dann das Gefühl, mir etwas ganz Gutes zu tun. Zumindest glaube ich, dass ich so reagiert hätte. Beim Thema Selbstmischen, wenn man quasi die erste Hürde mal geschafft hat und mal weg ist von solchen Teilen und dann vielleicht mal sagt, man möchte jetzt eben die Geschmäcker mehr variieren können, auch mal andere Sachen ausprobieren. Und 320 Euro für eine Base hätte ich mit Sicherheit nie ausgegeben. Wie wir jetzt wissen, das ist auch nicht der Wunsch der Regierung, damit Geld zu generieren, sondern es geht schlicht und einfach darum, Dampfen einzuschränken. Und auch das alleine ist als Außenwirkung für Neueinsteiger und für Interessierte doch auch schon ein Problem, oder? Jetzt mal ehrlich, jetzt komme ich durch einen Freund auf die Idee, vielleicht mal zu dampfen und dann ist aber die Außenwirkung eine andere, als mir vielleicht dieser Freund erzählt. Der sagt mir, okay, ihm geht es besser, ich lerne vielleicht noch ein paar andere Leute kennen, die das ebenfalls konsumieren und dann bekomme ich mit, dass eigentlich der Staat bewusst dagegen arbeitet, nicht aber bewusst gegen das Rauchen arbeitet, zumindest nicht offensichtlich, ja, das bekommt man nicht so mit. Ob das nicht viele, die umsteigen möchten, dann doch wieder abschreckt und es eben verhindert, dass sie wegkommen von der Tabakzigarette. Ist eine Vermutung, die aber glaube ich legitim ist. Patricia, ich habe eben budgettechnisch nach Einsparungen gesucht in erster Linie, im Gegensatz zum Rauchen. Dass es gesundheitlich so aufwärts geht nach dem Umstieg, hätte ich ja nie gedacht. Das ist dann natürlich eine andere Herangehensweise. Ich weiß nicht, was der Grund der Mehrheit jetzt war, ob die meisten das jetzt aus den Gründen gemacht haben, den Umstieg oder aus dem gesundheitlichen Faktor. Bei mir war es eindeutig der gesundheitliche, ja. Ja, das lässt einige Fragen offen. Kann sein, dass das abschreckt, aber vielleicht zweifeln sie auch eher dann an der Politik. Es liegt logischerweise wieder an jedem Einzelnen, aber ich fände es natürlich, und ich glaube alle, die jetzt hier heute mit dabei sind, fänden es natürlich sinnvoller, pro Dampfen mal zu agieren, aber das werde ich wohl so schnell nicht mehr erleben. So alt werde ich vermutlich nicht. Wäre natürlich oder einfach das Ganze neutral zu behandeln. Also wenn schon, dann aktiv gegen beides vorzugehen oder gegen alle Arten der Sucht. So, ganz generell, alle Suchtarten abdecken und nicht Alkohol lassen und rauchen eigentlich relativ. Ja, man darf jetzt Indoor nicht rauchen, aber ansonsten hat jetzt keiner große Einschränkungen. Beim Dampfen aber diesen Eindruck erwecken, dass es schädlich wäre und schädlicher, offensichtlich laut Regierung, als jetzt das Rauchen. Heißloser Nassrasierer, grüße dich. Die Tabakindustrie reibt sich die Hände, gute Politiker. Ja, das ist die Frage, woher dieser Impuls überhaupt kam für diese Steuer. Wer hat den Politikern das vorgeschlagen, wer hat den Politikern das quasi mehr oder weniger eingeredet? Kam es von denen selber? Niemand in diesem Kreis hier kann das wirklich beantworten. Man kann Vermutungen haben, das bringt aber jetzt leider den Einsteigern gar nichts. Seid ihr der Meinung, dass dadurch weniger Leute von der Tabakzigarette auf die E-Zigarette umsteigen werden? Denn das soll ja letztlich hier heute das Thema sein. Patrizia schreibt sicher und RichardMoteil75, grüße dich. Übrigens DampferTime natürlich auch und Hacke8209. Ebenfalls ein Servus. Wie immer, nicht böse sein, wenn ich hier in der Dampfer Schule mal einen überlese und nicht grüße. Aber ja, ist halt kein üblicher, normaler Chatverlauf dann für mich heute. Mahlzeit an die Klasse ist der Lehrer schon da und besteht immer noch Maskenpflicht in der Klasse. Nicht von Seiten des Lehrers. Als reinen Selbstschutz dürft ihr es tragen bei 34, 35 Grad. Also ich will nicht wissen, wie viel ich in der Wohnung habe. Hätte ich jetzt eine Maske auf, sie wäre durchgeschwitzt wahrscheinlich schon. Und Hacke, Mollen, das sind Verbrecher. Also, so könnte man es natürlich auch titulieren. Aber das Sicher von der Patrizia ist, glaube ich, schon, ja, ist ernst zu nehmen. Ja, dass man jetzt weniger Menschen erreicht und dieser Kostengrundfaktor, aber auch dieser Faktor, dass eigentlich die Regierung aktiv vermittelt, scheinbar den Eindruck vermitteln möchte, dass Dampfen schädlicher ist als Rauchen. Das behaupte ich jetzt mal so. Denn warum sollte denn sonst dann die Regierung solche Preise sich hier einfallen lassen? 320 Euro für einen Liter Base. Also, jetzt kann man auch sagen, es ist ja erst 2026. Ja, aber Leute, das ist der Weg dorthin. Es beginnt ja jetzt schon die Steigerung. Die ist noch nicht so. Es ist genug. Gar keine Frage. Es ist auch jetzt teuer. Ja, kein Vergleich mit vorher. Aber es ist die Hälfte von dem, was es dann kosten wird. Ja. Und Neueinsteiger gehen ja jetzt nicht in dieses Thema hinein, schon mit den Armen und mit den Fühlern ausgestreckt in alle möglichen Gebiete. Wo bekomme ich denn dann am besten meinen Pegel? Wo bekomme ich denn dann meinen VG? Das sind doch nicht die ersten Gedanken, die man hat. Ja. Die ersten Gedanken sind doch natürlich, wo bekomme ich überhaupt mal mein Setup? Gut, dann gehst du in den Offliner und der gibt dir dann gleich mal Liquid mit. Du denkst dann vielleicht mal, naja, okay, so günstig ist es dann auch wieder nicht. Aber okay, tun wir ja was Gutes. Ja, und ab dann haut es dich auf den berühmten Scheißer. Nämlich dann, wenn du dann weiter nachschaust, was dich dann sowas kosten würde. Ja. Wie gesagt, Einkauf im Ausland, bitte, bitte Acht geben. Offiziell nachversteuern. Mir ist schon bewusst, dass das niemand machen wird. Aber wenn es einem eben dann erwischt, können die Strafen auch sehr, sehr hoch sein. Ja, Grenzgebiete haben dann natürlich wieder einen Vorteil. Also rein theoretisch so grenznah an Österreich. Ja, dann fährst du halt einmal darüber, kaufst einiges ein und dann bringst du es nach Hause. Im Auto wird es keiner merken, um es mal so auszudrücken. Aber, das sind die wenigsten. Ja, die wenigsten wohnen irgendwo grenznahe. Das haben auch andere Länder probiert und das ist auch schief gegangen. Michael 1980, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Du kannst hier aber gerne auch noch schreiben, welche Länder haben das wirklich so versucht und vor allem auch in dieser Preisklasse. Ja, und haben es dann wieder zurückgezogen. Wäre gute Geschichte. Man muss auch jetzt sagen, es gab ja jetzt auch, oder gibt ja jetzt hier auch eine Klage gegen das Ganze. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist das noch aktiv und ist das noch aktuell und ist Thema. Wenn also irgendwann eine Klage dann durchkommt und das Ganze hier Adapter, gelegt werden kann, dann können wir uns freuen, aber ist leider heute noch nicht so weit. Italien, okay. Also wie gesagt, wusste ich nicht. Wusste ich nicht, wusste ich nicht. Und war das auch so in dieser Preis, auf so einem Preisniveau, dass es so einschneidend gewesen wäre. Es müsste ein Organ geben, das einfach so Lügen aufdeckt und eben auch Politiker richtig informiert. Nützt aber nur, wenn der Ansatz nicht Wissen ist. Wenn es Absicht ist, nützt auch dies leider nichts. Leider richtig und ich gehe nicht davon aus, ich möchte nicht davon ausgehen, dass Politiker, egal in welchem Land, und jetzt könnt ihr daheim lachen, aber ich möchte nicht davon ausgehen, dass die etwas beschließen und das auf einer Basis von Unwissenheit beschließen. Jeder vernünftige Mensch würde doch davon ausgehen wollen, dass sich die wirklich inhaltlich neutral mit dem Thema beschäftigt haben. Hört auf zu lachen, ich weiß, dass es ja nicht so stattfindet. Aber ich würde es mir wünschen. Das wäre das, was ich mir erwarten würde. Auch so alt werde ich wohl nicht mehr werden. In Österreich müssten wir unseren Gesundheitsminister auf die Dampferseite bringen. Den Rauchen für RR, dann haben wir... Was, 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 was? Müssen wir auf die Dampferseite bringen, den Rauchen für RR, ja, das... Dann haben wir Schlaraffenland bei uns. Also, ich glaube auch, auch wenn ich den, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz gerafft, den letzten Teil des Satzes, aber egal, ich weiß inhaltlich, was du meinst, wenn in Österreich dieses Thema stattfinden würde, man muss auch sagen, unser Gesundheitsminister ist ja auch von den Grünen, glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass das trotzdem anders aussehen würde. Fürchte ich. Ich glaube, es wäre bei uns idem, es wäre gleich Rauchen, Tudor, ja, sorry, ja, so. Okay, ja, Rauchen, Tudor, ja. Ja. Ich kenne auch in Österreich bewusst keinen Politiker, der zumindest öffentlich dazu steht, dass er dampft. Also, man sieht es eigentlich nicht. Ich kenne keinen, mag schon einen geben, aber keinen von denen, die etwas zu sagen haben, dass der Bundespräsident raucht, weiß man, und zwar stark raucht, dass der Gesundheitsminister raucht. Soll alles so sein, ist alles in Ordnung. Also, soll es jeder machen, wer will, das meine ich jetzt damit. Aber ich glaube nicht, auch hier würde es wahrscheinlich dann nicht um die Kohle gehen, sondern eher, es würden die gleichen Intentionen stattfinden, wie sie auch in Deutschland jetzt passiert sind. Ja. Black Agent, grüße dich. Micha, hat es drei oder vier Jahre durchgezogen, dann sind sie wieder zurückgerudert. Kann man nur hoffen, dass es dann hier auch stattfindet? Würde mich persönlich natürlich freuen. Also, mit hier meine ich jetzt halt auch in Deutschland. Und dann vielleicht gar nicht zu uns kommt. Man munkelt ja auch tatsächlich, dass es für den einen oder anderen schon mal interessant sein könnte, in Österreich eben einzukaufen. Ja. Ein bisschen zu bunkern. Das würde ich jetzt mal... Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt... Nein, ich kann die Antwort gar nicht geben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als Deutscher bunkern würde oder nicht. So bunkern für die, die jetzt eben noch komplett Neueinsteiger hier sind, auf Vorrat halt eben Basel kaufen, Nikotin kaufen und das einfach lagern, ist ja lange, lange, lange haltbar. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Auf jeden Fall, als Anfänger hat man es jetzt definitiv nicht leichter als früher. Deswegen wollte ich das hier jetzt auch in die Dampferschule reinnehmen. Also, nicht weil das jetzt das erste Thema ist, was jetzt ein Umsteiger gleich mal interessiert vielleicht, aber doch etwas, was man, wenn man hier die Dampferschule, die Folgen hier durchsieht, zumindest mal wissen sollte, dass das thematisiert wurde, dass das jetzt aktuell ist und ich hoffe mal wieder, ihr hört nicht den großen, lauten Bohrer im Hintergrund jetzt. Schreibt mal rein, ob ihr die Baustellengeräusche wahrnehmt, die sich jetzt schon seit Tagen in mein Hirn bohren. Ja, 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 das ist richtig, das ist Werner Gruber, der coole Physiker aus Wien, der Dicke, mir fällt der Name nicht ein, dampft, ja, der hat auch genau vor tausenden Personen im TV gedampft, den habe ich ja schon live gesehen und der dampft dann auch dort, der hat eine schöne Yogi-Pipe, also jetzt für die Insider, also eine recht teure. Ja, der ist halt jetzt Physiker, den kann man jetzt halt um Rat fragen, aber er hat halt keinerlei Entscheidungskraft und Macht und er würde wahrscheinlich, auch wenn er sich vielleicht zu Wort melden würde, er hat aktiv nichts mitzureden bei solchen Thematiken. Wir brauchen einen Politiker, wir bräuchten einen Politiker, der pro Dampfen ist und jetzt nicht einer von irgendeiner Kleinstpartei, ja, sondern schon irgendjemanden mal, aber scheinbar kommt da niemand auf die Idee oder die geben es nicht zu. Beide Varianten denkbar, ja. Aber jetzt auch mal hier in dieser kleinen, feinen Runde, für wie viele, egal ob es jetzt Hauptaugenmerk war oder nur ein Side-Fact, für wie viele hier, schreibt mal Ja oder Nein hinein bitte in den Chat, war Kostenfaktor ein Mitgrund für den Umstieg. Patrizia hat schon gesagt, ja, für Sie mal definitiv und das wäre vielleicht, ist natürlich jetzt hier nicht repräsentativ für alle Neueinsteiger, nicht mal für eine ganze Dampferblase, war nur ein erster Eindruck, ja, war das mit ein Thema oder nicht, ja. Die Dampfer Marvin, grüß Gott, servus, grüß dich. Also einmal Nein, zweimal Ja bis jetzt, wenn der Gruber die Politik berät, haben wir auch gewonnen, das stimmt allerdings, das stimmt. Ich oder ich, ich grüße dich, nein, da nicht. Also jetzt haben wir eigentlich ein 2-2, also vielleicht ist es jetzt, aber gut, wäre immerhin 50%. Die Dampfer Marvin, heutiges Thema, die neue Steuer und wie sehr betrifft das dann die Neueinsteiger, Umsteiger? Und jetzt die aktuelle Frage meinerseits war, wie viele Leute, die jetzt hier im Chat sind, war auch das Postenthema mitentscheidend für den Umstieg von der Tabakzigarette auf die E-Zigarette? Leider fällt mir nur Marie Le Pen in Frankreich ein, auch nicht gerade besonders werbewirksam. Ich wusste nicht, dass die, dass die dampft. Na gut, mal ein Anfang. Es hieß zwar immer, Dampfen ist billiger, aber da hat keiner was vom HBV erwähnt. Für alle Neueinsteiger hier auf YouTube, HBV haben, will, Virus haben, wollen Virus. Das heißt, man kann auch beim Dampfen in eine gewisse Sucht verfallen und dann merkt, nicht Sucht im Sinne von, ich muss viel dampfen, sondern Kaufsucht, Kaufrausch. Ja, dann ist es natürlich keine Kostenersparnis, auch schon vor der Steuer nicht, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jetzt jeder am Neueinsteiger dem verfällt. Also keine Angst an alle, die jetzt nur mal interessiert sind, nicht jeder verfällt in einen Kaufrausch. Manche haben ein oder zwei Kombis, also E-Zigaretten und sind mehr als glücklich damit. Bei mir war es beides. Dampfer Time, grüß dich. Also da auch, trotzdem war es mit Thema. Es war mit ein Argument und das fällt natürlich jetzt mal weg. Trotzdem schneide ich das Thema jetzt mal hier mal kurz an, nämlich die Thematik Offliner, also Fachhandel für E-Zigaretten. Ja, da wird man halt auch, selbst wenn man die Kohle bereit ist auszugeben, ich nehme mal an, viele Läden vorfinden, die es dann nicht mal mehr anbieten, weil es sinnfrei ist. Du stehst da keine 30 Flaschen Base in den Laden, wenn du weißt, es kauft ja eh kein Mensch. Ja, einmal im halben Jahr wäre. Sie hat sich zumindest schon mit Dampfe interviewen und auch fotografieren lassen. Ob sie aktuell noch dampft, weiß ich nicht. Ja, aber das wäre auch eine werbewirksame Geschichte, wenn Politiker oder auch Personen, die da wirklich aktiv mitreden können, müssen, sollen, dürfen, wie auch immer, das auch mal präsentieren. Mag sein, dass sie zu Hause oder beim Bier mal dampfen, aber vor einer Kamera zumindest mal halten oder so. Einfach mal so präsentieren, Moment, ich habe hier ein Instrument, das mich vom Tabak weggebracht hat. Nur leider geht ja, wie wir jetzt wirklich sehen, die Richtung in eine komplett andere. Ich bin eigentlich wegen der Gesundheit umgestiegen, aber auch wegen den Kosten. Also auch hier, es war zumindest ein Teilfaktor. Neues Liquid, da gibt es einen neuen Verdampfer und der Motto zu, hm, schöne Kombi, okay, 120 weg. Ja, ja, genau. Du gehst wegen Liquid oder wegen irgendeiner Kleinigkeit in den Dampferladen. Es kommt vor, dass man dort dann ins Quatschen kommt und dann wird einem nicht aus Bösartigkeit etwas präsentiert. So, schau mal, das ist jetzt hier neu oder du siehst das dann bei anderen da drinnen. Du bist schon angefickt. Also, kann schon passieren, ja. Patrizia, genau. Schreckt doch nicht gleich Umsteiger ab. Na, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge, ich glaube, thematisiert. Kann passieren, aber das ist ja Freiwilligkeit. Niemand drängt euch jetzt hier auf, 300 E-Zigaretten zu kaufen. Und Sammelwut gibt es wahrscheinlich in jeder Hobby-Ecke. Also, nehmen wir wieder mal, habe ich schon mal gebracht zum Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Angeln. Also, da kann man auch einfach sich ein, zwei Angeln kaufen und man ist glücklich oder man wird völlig verrückt und kauft ein und stapelt dann zu Hause, ja, eine Route neben der anderen. Der neue GT3 wird die letzte Hardware sein, die ich kaufe. Ansonsten wird nur Defektes ersetzt. Das ist das nächste Problem, was sich zeigen wird hier in Deutschland. Ist gar nicht so falsch. Der Grundgedanke, den finde ich gar nicht so falsch, dass das auch passieren kann, dass man dann halt nicht mehr so offenherzig, sage ich es mal, Geld ausgibt im Dampferberg, sondern ganz präzise, vielleicht sogar Dinge nicht kauft, um die Mehrkosten hereinzubringen wieder, die man eben ausgeben musste für Liquid. In jeder Form, in welcher Form auch immer. Das kann tatsächlich sein. Billiger wie Lego sammeln ist es. Ja, na gut, Lego ist auch nicht gerade berühmt für eine faire Preispolitik. Sagen wir es mal so. Aber hier liegt es ja, und das ist es ja hier, hier liegt es ja nicht daran, dass die Hersteller verrückt geworden sind beim Dampfen und plötzlich Preise verlangen, dass du dir denkst, bist du deppert? Was ist mit denen? Spinnen die komplett? Nein. Hier ist es dann die Regierung, wo man dann sagen muss, ja, bist du deppert? Spinnen die komplett. Also das ist eine andere Herangehensweise. Lego als gutes Beispiel. Die machen das selber. Also die verarschen die Kunden selbstständig. Und die Dampferwelt ist jetzt wirklich nicht abhängig von den Eigenheiten der Hersteller, sondern einzig und allein von den Regierungsvorschlägen, von den Gesetzesentwürfen und letztlich dann von den Gesetzen. Carlos, ich wünsche dir was. Wunderschönen. Webon 1965, das gefällt mir auch. Das ist exakt auch mein Plan. Leider scheitern meine Pläne oft. Ich bin gespannt. Ich bin vor allem eines gespannt, was hier auch schon Thema war, ob das bleiben wird oder ob es dann gekippt wird. Sei es dann aufgrund der Klage oder weil sie dann doch nach ein paar Jahren einsehen, dass es bloß ins Knie war. Man wird sehen. Ehrlich gesagt, ich fürchte. Ich bin, das hat mich die Dampferwelt ein bisschen gelehrt. Bitte jetzt alle Neueinsteiger nicht falsch verstehen. Pessimismus. Für alle jetzt hier, die neu dabei sind, nicht des Dampfens willen. Also da bin ich immer noch überzeugt davon. Absolut. Aber alles rundherum. Es wird nicht besser im Laufe der Jahre. Es wird leider nicht besser. Es wird eher schlechter, was die Rahmenbedingungen des Dampfens angehen. Und das ist eben die Angst, die ich halt dann habe und die viele Bedenken haben. Also wo viele dann Bedenken haben, dass eben ihr, Neueinsteiger, da vielleicht euch abschrecken lasst. Und es gar nicht erst versucht oder wieder abgeht von dem ganzen Thema. Weil man einfach sieht, es wirkt eher so, als würde man es am liebsten kriminalisieren. Gut, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Aber es geht so in eine komische Richtung. Es wird in den letzten Jahren nichts besser. Es wird eher schlechter. Nicht mal konstant bleiben, das wird immer wieder schlechter und immer wieder kriegen dann die Dampfer mal so eine oben drauf. Als würde man etwas Schlimmes tun. Und das ist halt eine Außenwirkung, die mir natürlich nicht gefällt. Ja. Ich bin endlich vom Dampfen zum Rauchen gekommen. Ich hatte genug von den Umweltzünden wie Plastik, Hardware und Akkus. Wirst du lober, lober? Das war der falsche Weg. Dampfer-Time auch gut. Ich werde MTL aufrüsten. Das steht fest. Selbstverständlich für alle, die einsteigen in das Thema. Bei Direct2Lang verbraucht ihr mehr Liquid als bei MTL. Somit ist, wenn man das hier gegenüberstellt, die MTL-Variante, die MTL-Variante, also Mund zur Lunge ziehen, auf jeden Fall die sparsamere als direkt auf Lunge zu ziehen. Ach, Patricia, das passt schon. Auch Sarkasmus muss mal sein in der Dampferschule. Also so, so. Nur nicht alles zu ernst nehmen da draußen auf YouTube, wenn man das dann nachher anschaut. Ich hoffe, dass das in Deutschland zurückgerudert wird, bevor die Schweiz und Österreich das übernehmen. Ja. Ja. Hoffen wir als Schweizer und Österreicher natürlich massiv. Ja. Wie ist das dann auf Messen? Darf man da steuerfrei verkaufen und was ist, wenn PG und VG bei Auktionen versteigert werden, müssen dann beide Steuern zahlen. Und das sind natürlich jetzt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich kann nur schätzen, warum soll man auf Messen das steuerfrei verkaufen dürfen. Diesen Hintergrund hätte ich jetzt nicht. Also ich gehe nicht davon aus, also dass man es auf Messen in Deutschland steuerfrei verkaufen kann. bitte berichtigt mich, wenn ich da jetzt Unsinn rede, bitte gerne, ja, das nehme ich alles an, Kritik und hier Aufklärung. Also warum? Wüsste nicht. Auktionen? Das ist eine gute Frage. Also wenn jetzt ein Händler, ich gehe mal davon aus, es wäre jetzt ein Hersteller oder Händler, das versteigert, ja keine Ahnung, wie bei Versteigerungen und die Gesetzgebung ist natürlich absolut, absolut keine Idee, ja. Hebtziller, Servus Robert und Chat. Gibt ihr schon was Neues von der Steuer? Wird ja gerade das Protokoll aufgesetzt und da können sich vielleicht doch noch was bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ich es verstanden habe, wurde es verabschiedet, also dem zugestimmt und immer, es sind tatsächlich immer 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 noch dezente Änderungen möglich, das mag schon sein, aber gehen wir jetzt hier wirklich davon aus, dass die jetzt mal abgehen von den maximal 320 Euro pro Liter Base. Sehe ich nicht mit dieser Absicht dahinter es eindämmen zu wollen, das sehe ich wirklich nicht, ja. Hallo, das kann ich nur für Deutschland beantworten, es wird nichts mehr steuerfrei verkauft werden, der Hersteller oder Importeur darf nichts abgeben, was er nicht versteuert hat, ganz einfach. Es würde dann, Carlos, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das unterstreicht dann das Thema Messe, ja, es würde dann aber auch höchstwahrscheinlich das Thema Versteigerungen treffen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das der Steuer wurscht ist, das Produkt an sich könnte ich theoretisch um einen Euro ersteigern, ja, wenn ich Glück habe und da keiner mitsteigert, aber ich darf es wohl dann doch erst bekommen, wenn ich die Steuer entrichtet habe, ob dann direkt an die Person, die die Versteigerung gemacht hat oder wen auch immer, nehme ich dann mal so an, ja, Mr. Lover Lover, einen schönen Samstag auch dir noch gewünscht, falls du noch da bist, ja, wichtig für mich gewesen, das Thema jetzt hier anzureißen, dass ihr als Neueinsteiger wisst, was auch auf euch zukommen kann, ja, trotzdem, lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht beirren, bleibt trotzdem bei eurem Weg, wenn ihr den gehen wollt, Webzilla, dann würde ja eine Messe keinen Sinn mehr machen, wenn du eine Messe besuchst, um dort literweise Base zu kaufen, dann nicht, Messepreise kannst du trotzdem haben, die werden sich dann aber natürlich nicht mehr so rechnen, weil du ja dann ohnehin trotzdem die gleiche Abgabe zu leisten hast, ob das jetzt im Shop ist oder auf einer Messe, ja, für mich hätte es trotzdem Sinn, denn ich gehe jetzt natürlich nicht auf eine Dampfermesse, hauptsächlich wegen Liquids, aber ich weiß, was du meinst, natürlich jetzt rein vom Kostenfaktor her, hast du dann dort auf jeden Fall ein Problem, ja, in Österreich sind Dampfermessen generell verboten wegen Werbung, genau, also alle österreichischen Zuschauer, es wird in naher Zukunft und ich glaube auch in ferner Zukunft in Österreich keine Dampfermessen geben, Leute, für die heutige Folge der Dampferschule mache ich jetzt einmal den Deckel hier oben drauf, wir haben jetzt irgendwie so 35, 40 Minuten, ich danke euch fürs Zuschauen, in 14 Tagen, wie gesagt, wieder eine neue Folge, die Dampferschule, dann vielleicht wieder ein etwas noch treffenderes Einsteigerthema mit vielleicht der einen oder anderen Umstiegshilfe, wir sehen uns im nächsten Video, macht es gut, Tschüss. Bis zum nächsten Video, Vielen Dank.